So, ich mache mal das 8. Türchen auf vom Adventskalender. Heute ist Tag 8. Und wir machen das mal zusammen auf. So, und in Türchen 8 waren Lachgummis drin, die werde ich gleich mal aufessen. Ich habe auch gerade das Video bearbeitet für heute und das ist gleich online. So, ich habe mich schon jetzt fertig angezogen, bin ziemlich dick eingepackt und trage meinen Schall. Der ist von Primark. Und meinen Mantel von Hound M und meinen Rucksack habe ich mal bei Amazon gekauft. So, und jetzt nehme ich noch mein Handy und meine Kopfhörer mit und meinen Schlüssel. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Also, heute musste ich bis 8 arbeiten. Ich sehe auch dementsprechend aus. Und ja, das heute ist mal wieder voll am Arsch. Ein bisschen neblig. Aber ich freue mich jetzt nach Hause zu kommen, weil ich hoffe, Carlos hat gekocht. Denn ich habe ziemlich Hunger. Ja. So. Wo bist du denn? Hier. Erwischt. Warum hast du auch mal gekauft? Erwischt. Ja. Was machst du denn? Ich spiele. Hast du gekocht? Ja. Ja? Ja, aber ich dachte, du kommst früher. So, jetzt gibt es Abendessen. Und jetzt gucken wir noch eine Serie. Wie heißt die Serie? Jessica Jones hat sie. Jessica Jones? Ja. Mhm. So, ich mache mir noch eine Serie. Ich nehme mal diese Lachgummis auf. Die schmecken ja lecker, die Lachgummis. Lachgummis! 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 Willst du mal probieren? Ah, ich hab das mal. Ich esse jetzt mal Banane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!